Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Payday 2 mit den folgenden Leuten, das wäre der Sonic, der Atterboom, und aus unserer Ersatzcrew haben wir den Ike alias IQ dabei. Das klingt irgendwie übelzerbärmlich, aber Hallöchen. Das erste Mal dabei und doch haben wir uns wiedergefunden. Es ist schön ein Stimmchen zu hören. Erstmal ein bisschen gucken gehen. Ich baller gleich weiter mit dem ersten Mann um, den ich sehe. Hallo Ike. Da ist eine Kamera. Ich stür mal an die Bank rein. Einfach G drücken und rein rennen. Rechts ist auch ein Wachmann. Einer, zwei, wenn es vier sind, kriegen wir das hin. Da ist noch einer im Raum, oder? Die zwei sind schon mal markiert. Ist da noch einer drin in seinem Zimmer? Ja, ja. In dem Zimmer ist auch noch einer, ne? In dem Überwachungsraum. Ja, in dem Überwachungsraum, ja, sowieso. Frage ist ja, ob der Chef drinnen ist mit der Sicherheitskarte. Geh weg. Und oben am Dach waren noch ein oder zwei. Jungs. Komm ich einfach so rein? Weiß ich gar nicht. Ich will auf dem Dach, hier ist keiner. Beim letzten Mal waren hier welche. Da läuft manchmal einer lang, ja. Ja, ein oder zwei, also beim letzten Mal hatten wir sogar zwei, wo wir hier auf dieser Map waren. Hier ist eine Tasche. Cool. Ja, die müssen wir gleich aufheben. Wo ist denn der Raum? Der ist immer random mäßig. Der spawnt an zwei oder drei verschiedenen Stellen. Ja, entweder hier, wo Ike und ich sind, oder rechts. Ach stimmt, da ist ja auch noch ein Spot. Ne, warte mal. Wo ist denn der? Also er ist nicht an der hinteren Wand. Wo ist denn der dritte Spot? Ich kann nur zwei. Oder? Warte doch. Ich müsste, ich müsste da nicht durchspringen. Einer ist hier. Aber wir sind einfach nicht. Was? Hier ist kein Raum. Es ist nur eine Tür, um in den Hauptraum zu kommen. Ja, das ist aber gleich links der Raum gewesen. Soll ich mal versuchen in den Hauptraum reinzugehen? Ja. Du kannst ruhig vorne reingehen. Ja, ich bin auch schon. Es sind nicht so viele. Oh, Fragezeichen. Es sind aber nur die zwei Fragezeichen. Der dritte ist gerade im Urlaub. Ach, Bladensch, du hier. Mensch. Moin, ich auch hier. Ja, in der Bank trifft man sich wieder. Also, der Sicherheitsraum ist direkt außen durch. Was? Er ist direkt auf der anderen Seite. Wie markier ich nochmal? Ich vergesse jedes Mal. Der Bank ist direkt hier oben. Ja. Wo ist der Sicherheitsraum? Der Sicherheitsraum ist bei mir gegenüber. Bei dir gegenüber. Da. Wo? Da. Ach, da ist auch ein Spot. Das wusste ich nicht. Habe ich doch gesagt? Das ist der Hauptspot. Also, da kenne ich den am meisten. Genau. Meisten. Da habe ich den am meisten gehabt. Ach, ist das doch egal jetzt. Aik, mach mich nicht fertig. So, wollen wir loslegen? Warte, warte, warte. Planen, was wir vorhaben. Atta? Atta hat schon wieder Hummel neben dem Hintern. Nee, weil da kommt nicht ein Passant geradezu. Der will nicht mehr umhauen. Passant, den kriegen wir hin. Nur die Frage, wie schnell kommen wir in den blöden Kameraraum rein? Printen. Weil wir können jammen. Spritten. Aik hat sogar zwei Störsünder mit. Ja man, ich habe gerade noch eine Skill. Die halten sogar länger irgendwie. Das ist gut. Warum hat jetzt einer den Typen hier markiert? Wenn wir einen Störsünder setzen. Ich weiß aber nur, wie das geht, ja. Hier ist, glaube ich... Nee, das ist er nicht. Wir brauchen die Karte. Wie markiere ich nochmal? Der Typ mit der Karte rennt innen durch. Ihn brauchen wir. Wir müssen den Typ mit der Karte umlegen und dann direkt in den Dingsraum und den vor den Kameras umlegen. Der Typ kommt jetzt gerade hier hoch übrigens, der eine Wachmann. Soll ich den hier oben platt machen? Irgendwie machen wir noch. Doch, machen wir noch. Hier rechts draußen sitzt einer. Wenn man da hingeht, fängt die Kamera zu piepen. Also, wenn wir den irgendwie wegnehmen wollen, haben wir Probleme. Also jeder kann einen machen. Ähm... Oh, okay. Keine Scheide einfach. Oh, fuck. Keine Scheide einfach. Nee. Zum einen können wir auf jeden Fall nochmal neu starten jetzt, weil da kriegen wir hin. Ja. Ja, sorry. Ich hab... Warum hab ich keine Schalldämpfer drauf? Okay. Ich hab gemerkt. Okay, startest du neu? Nee, ich... Du bist. Ich hab voll vergessen. Okay. Fail Number Uno. Hallo? Ja, my bad. Ich hab keine... Ich hab wenigstens eingefesselt, so. Ich hab zwei... Krieg ich jetzt noch Schalldämpfer drauf? Ja, ne? Ja. Kann ich... Du kannst ne Waffe ändern mit Schalldämpfer drauf. Letzte... Ich kann die nicht mehr ändern. Nee. Hast du keine Waffe mit Schalldämpfer? Ich hab die abgemacht, letztens als wir unsere kleine Detection Challenge hatten. Good luck. Doch, eine hab ich noch. Ach so ist das. Dann schießt du einfach nicht mehr. Passt doch. Aber die hat auch keinen Schalldämpfer. Doch, die hat einen Schalldämpfer. Den hat sie nicht. Doch, die hat doch den hinten Aufsatz, den Schalldämpferaufsatz, oder nicht? Ja, selbst wenn sie keine Schalldämpfer hat. Wenn wir verkackern... Bei mir wird aber ein Schalldämpferaufsatz angezeigt. Okay. Okay. Gut. Oder zumindest irgendein Aufsatz. Was ist das? Wird keine Ahnung gezeigt. Minus Concealment, Accuracy, Damage... Ich hab keine Ahnung, es wird nicht angezeigt, was es ist. Das müsste eigentlich in der Lobby angezeigt werden. Also bei dir wird kein Schalldämpfer angezeigt, nirgendwo. Ja. Aber ist ja nie schlimm. Damit kannst du besser die Leute unter Kontrolle halten, wenn irgendwas ausbricht. Du kannst sie besser bedrohen. Du musst einfach Nahkampf töten. Mit deiner Waffe. Mit deiner Schusswaffe. Nee, ich hab ja auch andere Sachen. Schusswaffen, Schusswaffen und Schusswaffen. Schusswaffen hast du auch welche? So ne Vermutung. Ich kann auch ein Messer nehmen. Wenn du damit schießen kannst? Damit du den dann umhauen kannst. Oh. In hier Bladdicks Hut, da ist in dem Gelände. Ah. Ich kann auch ein Geldbündel nehmen, um ihn umzuhauen. Wenn man einfach irgendwas für Schaden macht, damit du im Notfall einen umhauen kannst. Wie Bladdick die Leute wie mit seinen Schulden umhauen will, ist der groß genug. Wenn der mit Geld Scheinen haut, hat er keine Schulden und hat einfach zu viel davon. Was ist Bladdick? Ja, ich hab jetzt ein Messer mitgenommen. Oder sowas. Gattensäger-Massacker. Wie mach ich nochmal Nacka? V? Ja, ich bin mir ganz sicher. F oder E? Nee. F ist irgendwas. Also alles drucken, alles benutzen. E ist es auch nicht. Deck dran, kannst dich halt nicht Scandern haben. Deck dran, du kannst jetzt eh nichts machen. Ich kann machen, was ich will. Oh oh. Ernsthaft jetzt? Das war die falsche Taste. Jetzt? Wirklich? Ahem. Ahem. Das war jetzt... Okay. Fail. Keinmal mit Profis helfen, Leute, wa? Man muss das halt irgendwann mal üben. Und wenn wir das nie richtig üben, dann lernen wir es auch nie. Was heißt üben? Ich muss erstmal wieder wissen, wie das geht. Ich merke schon, hier die Videos haben echtes Qualitätsmerkmal. Wir zeigen ja hier, wir machen ja einen Payday Guide. Und in diesem Guide sollt ihr ja sehen, wie man es nicht macht. Wie man halt als Neuensteiger total versagen kann. Also der Manager rennt schon mal hier oben. Gut, behaltet ihr im Auge einer, muss den machen. Wie markiere ich den jetzt nochmal? Mit F. Du musst drauf zeigen und dann F drücken. Da brauchst du aber ne Fähigkeit für. Wenn du es geskillt hast. Kannst du nicht standardmäßig. Ne. Du musst geiles den linken Baum davon glaub ich auf eins bauen. Aber vor ner Weile hab ich doch bei dem, bei dem, ähm... Hast du vielleicht noch ein anderes Set gehabt? Äh... Anderen gehabt, ja. Ne, ein anderes Set nicht. Ach. Sind hier Dachfenster, ehrlich? Hier oben ist der Typ mit der Karte. Ja. Hier ist auch ne Kamera. Da. Das ist ungünstig, aber den könnten wir drinnen töten. Übereinst du die Kamera? Die Frage ist ja, ob er die Karte überhaupt mit hat. Weil manchmal hat er die Karte auf seinem Schreibtisch liegen. Egal. Trotzdem kann ich ihn da rumlocken, oder? Kannst du, aber es wäre sinnlos. Er hat doch nicht mal ne... Nicht mal nen Impager, ne? Ne. Der Typ nicht. Geh doch mal rein jetzt. Ne, der ist drin baldig, sonst ist er auf der Treppe und so weiter. Kamera kann hier reingucken. Okay. Do it! Ne, da kam aber ein Gart entgegen. Ach, das ist doch ein Witz. Jetzt kommt der Gart nach oben, ja? Es stehen zwei Stück, die das mitkriegen könnten. Es ist aber, dass unten kaum Garts sind. Geil. Ein zweiter. Da ist noch ne Kamera hinten. Okay, das war nicht richtig viele Garts. Da haben wir, komm. Ne, wollen wir picknicken? Ich bin der Picknicker. Ach, hier in der einen Ecke könnte ich ihn machen, glaube ich. Wenn das Spiel das richtig berechnet, könnte ich den machen. Ja. So, er verkackt. Darauf verlässt du dich? Auf der rechten Seite der Treppe, ja. Also der Manager hat auch die Karte dabei, die liegt nicht im Büro. Lohnt sich quasi. Dann mach ich das so weiter auf der rechten Seite. der auf der Treppe ist. Sag's mir, wenn er hochkommt? Suchen gerade, wo ist er hin? Acht du, der läuft gerade aus den Runden. Ich bleib mal hier draußen noch mal gucken. Da links kommt Passant. Da gehe ich schon mal hin. Wenn du dir das schlägt hier gerade. Hier läuft. Das funktioniert, ja. Kamera geht erst ab hier, ja. Müsste passen. Wie viele sind es? Vier Stück. Der, der sich bewegt, ist der Manager, ne? Sind es nur vier Garts? Der Typ mit der Glatze ist der Manager. Ja, ich sehe von außen nur die Umrisse, du Vogel. Ne, aber den Manager siehst du glaube ich nicht als Umrisse. Ne, den kannst du nicht markieren. Okay, vorhin hat der aber auch irgendeinen markiert. Das ist gut. Ja, aber eine Kamera vor dem einen hintereingang, eine oben drauf und eine direkt am Eingang, am Haupteingang. Der Manager steht gerade beim markierten Gart. Wieso sind gerade die ganzen Einheiten markiert einer Kamerazuliff? Ne. 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 Ich finde sie werden die... Der Gart. Äh, äh, der Manager. Der Manager schillt hier gerade noch in den Büros. Läuft seine Runden. Ja. Läuft jetzt wieder in den Hauptraum. Du so. Und sonst so. Wie geht's an mir? Warum komm ich so blöde, haute ab. Ne, ne. Oh. Schauen. Okay, okay. Da ist auch noch eine Kamera. Gut zu wissen, was. Ja. Moment, ist denn im Hauptraum gar keine? Das Problem ist, ich komm da oben und treffe nicht mehr weg, ne? Der Manager steht schon wieder am Regal und chillt seine Basis. Sind es nur vier normale Guards? Ich glaube ja. Ja. Im Hauptraum ist keine Kameraleute. Ich bin da hinten. Die Raum ist auch keine. Wenn ich die mal anwesend bin. Also eine habe ich gesehen. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Da ist eine. Draußen. Die ist draußen. Und eine in dem Nebenraum. Der hatte ich gerade erspäht. Alles cool. Alles cool noch. Ne. Einfach Tippe gesehen. Gart töten. Ach, die wollen telefonieren. Gart töten. Gemma. Kannst du noch einen Gemma setzen gleich? Ach Gottchen. Ne. Geh. Stopp. Ich wüs doch nur wie das geht, Mann. Geh. Gut zu wissen. Wo hat der denn... Geh. Die ist Gemma. Gut zu wissen. Nervt jetzt gerade. Der hat mich... Ich war hinter ihm. Er hat mich gesehen. Das war... Das ist aber normale Krankheit beim Spiel. Geh. Aber ich habe... Sichtstufe 4. Und der hat mich direkt erkannt. Aber die Guards haben... Das ist wie 60. Das ist einwand. Aber eigentlich fängt das dann erst an, hoch zu gehen. Oder nicht? Wollen wir mal, damit das Video ein bisschen mehr Wert hatte. Ein bisschen die Gegend shiften. Und die Leute mir abknallen und Sachen klauen und so. Na ja. Bleibt uns ja mal ein bisschen was übrig, was? Bladdeck ist schon voll dabei. Läuft der mir genau in den Schuss rein? Boah. In Geld. Ähm. Tu mal, versuchen die alle umzubringen. Vielleicht so eine Austauschgeisel wäre vielleicht so ein Vorteil. Dein Bohrer hängt schon wieder. Ah, ich kann es auch machen. Der Typ sieht ja lustig aus. Aber ich könnte es schnell... Ah, ist ja auch egal. Ich habe sieben Kabelbinder. Wenn irgendwann noch Leute habt, die noch nie tot sind, dann würde ich noch eine Geisel und zwei einfordern. Ich hole mal von... Die sind alle weg. Weg und tot. Von außen dem Bohrer. Der fehlt noch. Ich bin zähig. Dann kümmer ich mich um den Bohrer, der dran ist. Alter, du willst, dass du da so im Schutzfeld stehst? Naja, ich juckt mich nicht. Okay. Vielleicht juckt doch die... Ich bin ein Anzug an. Die Blei gucken juckt mich aber ziemlich. Muss mal ein guter Anzug sein. Die Frau rette ich mal. Wir hatten... Alter, ist das dein ultra cooler Helm? Ja, Logo. Nice. Hier rein. Komm. Hey! So. Können wir... Wir können jetzt nicht mehr, ne? Weil... Was können wir nicht mehr? Äh... Nee, das ist, glaub ich, gegessen. Ach, es sind ja nur 250 Sekunden. Ich fessel mal die Leute, aber... Der kommt nicht mehr! Alter, oh, 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 oh. Elektroschocker. Ins Fressbrett. Oh, Gas. Oh, Gas. What the hell? Jetzt sind aber die Gas dann alle hier rein, ne? Seit wann verströmen die Gas? Oh, der ist tot. Aus welchem Grund wird's eigentlich in den Sicherheitsdienst eingedrungen? Weil wir's können. Vollkommen. Weil wir's können. Ich find der, der, der Wachmann, der hier sitzt, hängt der sehr geil. Chillt der hart, oder? Der hängt voll ab. Also auf dem Dach ist grad kein Kopf? Guck, links von dir. Da, hier, der da. Warte, wir müssen mal ein mittel verteilen, dass wenn der reinkommt, wir den... Nein, auf dem Dach sind überhaupt keine. Ich hab grad auf der Kamera geguckt, da hat er auch keinen angezeigt. Wollen wir jetzt eigentlich irgendwie zielen? Ja, bohren. Boah, läuft. Wahrscheinlich brauchen wir da auch ewig. Ich weiß nicht, ob da trotzdem Schließfächer drin sind oder Gold... Ja, eigentlich schon. Wir hätten eigentlich Säge mitnehmen sollen. Normalerweise sind da Schließfächer und auf dem Tisch liegt das Gold. So wird's wahrscheinlich sein. Ach, hallo, Schild. Doch, jetzt lad endlich nach. Oh Gott. Hoppen, hoppen down. Harch. Hau, Stein. Beim Borer kommen wir ganz schön. Aua. Wie hat mich denn jetzt was getasert? Ich bin gestunnt, helft mir. Ich seh nicht wo. Auf Verluste, die man mit dem man leben kann. Halt die Klappe. Gibt hier gleich keine Nennenswertenverluste, ich liege. Habe ich gesagt. Nennenswert habe ich nicht gemacht. Nee, nee. Ich hab nur gesagt, mit dem man leben kann. Und wer schießt hier, da hinten. Bestimmt, der mit der Waffe macht was. Ja, und ich bin drüben von der anderen Straßenseite. Kniffte durch die Gegend. Aua. Ja. Also ich kann nicht heilen. Ich hab nichts zum Heilen dabei, ne? Ich glaub niemand. Stimmt, da war ja was. Doch, Mama. Doch. Da sind Geiseln weg. Ja, selbstverständlich. Die werden ja auch irgendwann mal rausgebracht. Dann beschütze ich die mal jetzt. Warte. Ich hab den Bohrer mal wieder angemacht wegen der Sicherheit. Oh, hallo. Äh, das hat überlebt. Ähm, ihr müsst beim Bohrer ein bisschen mehr verteidigen. Ata, schieß auf den Stunner. Danke. Ähm, ups. Ich fliege. Nö. Haha. Sieht er nicht so. Ich liege wieder. Ey, wie oft ich gestunt werde hier. Lasst mich frei. Ich liege gleich. Sonic, ich liege gleich. Hier, hier ist kein Taser, da. Hat mal einer Munition? Musst du rumrennen und einsammeln. Wenn du zum Bohrer kommst, siehst du ganz viel. Auf der rechten Seite. Ja, normalerweise haben wir auch immer einen der Munitionskisten legen kann. Oh, ist Sascha da mal jemand drauf, ne? Ehrlich, man. Kein Verlass. Eine Minute noch. Alter, es ist noch weg da. Schau nicht drauf. Passiert nix. Alles cool. Ata, lass dich mal killen, dann kommst du mit deinem Leben wieder, wenn du wiederbelebt wirst. IQ? Ja, nee. Negativ. Und nachher können wir sagen, guck mal, wie oft Ata gestorben ist. Du musst dir das auch zur Hände bringen. Ja, mir wurde reingeredet. In der Weikart verwirrt worden, weil ich gerade noch nebenbei getestet wurde. Kannst du mal gucken, ob du die Gate-Automaten mit dem Gemma aufmachen kannst? Ja. Wo sind sie? Hier hinten im Hauptraum. Wow, ich hab so viel weg. Warte, ich komm schon. Ich hol erstmal kurz Ata wieder. Okay. Habe ich schon gemacht. Hauptraum? Achso, dem Dings von sich oder was? Oh, ich liege gleich. Schrei mich mal an. Ich schreie schon. Steh auf. Achso, warte, ich muss kurz 20 Sekunden warten, bevor es wieder geht. Ich hab gerade keine Munition mehr. 20 Sekunden könnten krass sein. Ich weiß nicht, wie lange. Jetzt geht's wieder. 15 Mann wahrscheinlich. Du musst mir mal sagen, welche Gate-Automaten du meinst. Oh, zwei Schilder. Hallo. Von beiden Seiten. Oh Gott, wie viele. So kann ich das nicht machen, Jungs. Ich hab einen auf. Von den Automaten. Ja. Schön. Aber wenn ich die ganze Zeit beballert werde, kann ich da nicht rausholen. Tür ist offen. Wenn einer noch einen Jammer hat, dann wär ich weg. Boah, da kümmern wir uns erstmal ins Gold. Ach, Gold wird überbewertet. Da können jetzt noch alle möglichen... Martin ist viel wertvoller. Ja, hat jemand den Schneider mit? Nein, eben nicht. Das hab ich ein bisschen verpeilt. Aber ich kann ein Schloss knacken immerhin. Es dauert zwar nur 8 Stunden, aber... Ich auch. Warte, mach mal. Noch einen auf. Sniper down. Und wie geht's euch so? Bladek, pack mal deine Knüfte hier so vorne, bevor du tot bist. Okay. Du hast doch noch so eine Gettling-Gun, die du mitnehmen kannst. Dein Ernst? Da ist ja nur Schrott drin? Ja, in manchen. Ja. In manchen kann aber auch Gold und Gold sein. Aber wie schnell bist du denn mit dem Aufrauchen, Atta? Relativ. Ehe gleich im C-Quadrat, oder? Ja, also 1, 2, 3... Ach, dieser Taser, der schießt auch 100 Millionen Meter weit, ey. Ich brauch Muni, 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 Muni... Check mal dann genauso ungeskillt. 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11 Sekunden brauch ich. Polizeivorstoß im Gang. Das heißt, jetzt kommen wir wieder massig Leute. Gut, ich hab keine Munition. Hier haben wir ein paar umknifften und dann holen wir uns einfach. Also bei mir dauert's auf jeden Fall am längsten, glaube ich. Hey da! Das ist nicht so knapp. Wir geben alle gleichzeitig auf. Das sind auch mal praktisch gerade am Vancouver-Feld. Yeah, 1.500. Dafür 20 Sekunden hier gestunden. Hätten wir eine Säge, wenn wir das Ganze auf laut zwischengeschaffen. Ich hab keine Munition. Ich muss rennen. Oh, ich hab ne hässliche... Ich hab nen Ring oder sowas gerade gerade. Ja. Hör auf mich zu schlagen, du hässlicher... Ach, jetzt bin ich schon wieder gestunnt. Das war ich auch. Ja, chill, danke. Ich liege übrigens. Und ich kann nicht schießen. Hier sind 25 Millionen Leute. Ja, Bladdick, geh du in den Tresorraum rein. Ah, wir brauchen noch... Genau, Leute. Bladdick, geh du in den Tresorraum... Ja, wie denn? Ja, wie denn? So nicht. Ihr müsst ja auch helfen. Geht nicht, geht nicht. Du darfst bloß nicht überall rumliegen, Bladdick. Können hoffen, dass meine Zeit... Alter, komm. Okay, renn. Ui, Idiot. Saide, komm rein hier. Ich hätte ja... Ich bräuchte ja einfach nur Munition. So ist es ja nicht... Kann man Munition splitten irgendwie? Ne, ne. Ne. Wir sollen jetzt die Ware zum Auto bringen, ja? Jo. Ach ja. Erstmal sammeln. Erstmal sammeln, was du sie kriegst. Richtig, ich mach jetzt mal alle voll, dass wir alle zusammen gehen können. Ich hab grad den Geldnashen gefunden in dem Beschloss. Gut. Bladdick? Ne. Kannst dir mal den Gun ablaufen, wo ich grad rumschieß, nicht als Munition? Oh, Mann. Ich hab sogar noch Stealth gemacht. Wieso schießen die durch euch drei durch auf mich? Das sollen die lassen. Wegen der Mobbingquote. Die. Ich hab sogar Mohun, ey. Immer schön auf die Leute schießen. Überall wo sie aufplüppen. Ja. Ey. Ey. Ey da. Ey da. Ich kenn Shutter. Ey da. Fast. Erstmal ein Schnitzel essen. Wo bist du denn nicht Sonic? Erstmal Toastel. Stehst du gestern nur rum, ne? Alter fällt gleich um. Ne, ne. Ich denke mal, Sonic sollte mal ein bisschen schießen, der hat nicht mehr Energie. Ne, ne. Dann mach das, Oric. Ich muss grad essen. Ihr wisst schon, dass wir hier noch drei Jahre brauchen, wenn ich das alles aufmachen soll. In der Tat. Ihr seid auch zu zweit da hinten, oder? Atta ist im Knast. Also, warum? Weil du direkt neben einem Polizisten umgefallen bist. Du warst schon so off-down. So off-down bist... Meinst du, dass es gilt, was ich bisher noch mal drauf habe? Mh, Taser. Wollen wir jetzt abhauen? Wollen wir jetzt abhauen? Bin ich down. Super. Ähm, ich lass mich mal kurz schlagen. Irgendwann muss ich nicht einmal wieder ritzen. Ich hab's ja gerade gesagt, ich lass die Körper kurz killen, damit ich mich rettet. Ja, um Leben wieder aufzuladen. Ja, ich sammel mir jetzt mal kurz Munition ein und dann müssen wir hier abreißen. Würde ich glatt mal behaupten. Versuch mal zwei Besuch durchzuhalten. Damit wir noch eine mitnehmen können. Okay. Dann mach ich noch weiter auf. Also, vielleicht... Wie viele sind wir jetzt eigentlich nur in dem Lanier, den wir auf die Leute schießen? Nein, ich hab jetzt eine Geldtasche, okay. Da liegt die dritte. Ich hab noch eine Goldtasche in der Hand, das ist euch klar, ja? Ja, da liegt aber noch eine. Ich kann Ike nehmen. Oh, Moment. Eine zu viel hier. Ja, natürlich. Ja, weil ich nicht da bin. Ich hab auch langsam ein Knifftenproblem. Hätte Blending nicht einfach sein Geschütz dahin stellen können? Nee. Ich kann das Geschütz nur benutzen, wenn ich Munition habe. Äh. Okay. Aua. Ich krieg voll auf die Fresse. Schießt! Oh, ich hab wieder Munition. Ich glaub ich Munition. Achso, eingeladen. Nice. Für die Menschen! Sparta! Ich hab auch keine Granaten mehr. Eik, nimmst du in der Tasche? Wenn ich mal wieder... Ne? Da liegt eine. Direkt vor dir. Ähm. War Geld oder Gold mehr wert? Gold. Gold. Check. Gut. Stehen dir jetzt ernsthaft noch so viele Shittypen? Nate. Negative. Raus! Ich bin schon unterwegs. Ich bin Leichen da lang, hab ich das gesehen. Ja. Alter, bist du dabei? Ja. Ich bin in einer Minute und 20. Das können wir jetzt schon abhauen eigentlich. Wollen wir noch eine Minute und 20 vor dem Ding warten? Toll. Nocler down, glaub ich. Jetzt müsst ihr noch einmal zurückrennen und das Gold holen. Von mir. Gleich hier an der Ecke höre ich das. Äh, das kriegen wir noch. Ich hab'm Auto rechts. Hässlicher Sniper oben links. Hast du's? Mhm. Abgang machen? Abgang machen. 50 Sekunden bin ich da. Ja, wir können abhauen. Ist's egal. Grundsätzlich. Gut, dass wir mal doch laut gemacht haben. Finde ich spitze. Ja. Wir müssen noch kommen, aber wir müssen noch Flucht machen. Alles klar. Machen wir noch die Flucht. Easy. Ich dachte... Warte mal. Ich hab irgendwie bei der kleine Bank hab ich noch was ganz anderes im Gebälk. Da gibt's doch eine Kledere Bank, sag ich jetzt mal. Die irgendwo um... Blablab. Es gibt eine aus Counter-Strike. Selbe Karte. Und die gibt's hier auch in dem Spiel. Jetzt kann man wenigstens die Ausrüstung wechseln. Das ist ja schön. Ausrüstung. Auf Kniftig gehen hier. Ist doch klar, was ich tue hier. Jetzt hab ich die Nase voll. Jetzt kriegen sie ins Gesicht. Medipack oder... Munition. 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 Ach du, wie hat man eigentlich... Du hast doch noch eine dickere Rüstung. Nenn noch die Dicke damit. Ich hab noch eine dickere? Ja. Ach so, ja klar. Die da unten. Wie konnte man die Sachen hier, die Pik Ass und so weiter, die Dinger, die man aufgeschossen hat, wie konnte man die schießen? Drei. 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 I'm ready to rumble. Ich bin auch fertig. Ready to rumble. Hat er gar nicht deine Medipäckchen? Bitte? Nimm deine kleinen Medipäckchen mit. Ich hab die Abstasche. Aber die Päckchen sind mehr. Wann hast du eigentlich mehr? No, weil mehr ist mehr. So besser? Neu ist immer besser. Geht's. Da hast du auch noch Barney mit zweiten Vornamen oder was? Alles hier hinten rein, wir müssen hinten durch, der Heli kommt aufs Dach. Dabei. Mach schon mal die Tür auf. Ich setz mal hier so einen Typen fesseln hier. G-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g. Ich bin hier. Ich bin hier. Und da. Dann sind wir echt weit geworfen. Hat er gezählt? War ja noch so ein Typ eben. Fesseln. Frage nur auf welches Haus der kommt. Ich glaube das ist zufällig. Bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Das ist so nochmal. Das ist mir zu lange her. Sniper down. Gut erstmal das Zeug rein. Hier hinten das Gold erstmal oder wohin? Nach draußen. In den Hintergrund. Genau dahin erstmal. Ach vom Auto? Ach so. Ach so. Nee, äh, was? Bin getasert? Ah! Oh. Ich bin getasert und geblindet. Äh, ich würde gerne, gerne vom Taser freikommen. Könntest du, äh, eventuell... Ja, danke. Du bist ja automatisch irgendwann frei. Nee, du bist irgendwann tot. Ja. Ach so? Ja. Okay. So, jetzt haben wir alles, ja? Gut, dann kommen jetzt die großen Geschütze. Schauen sie voll von denen hier. Blöde Scheiße. Oh, hier! Jungs, zurück! Die mit dem Bierfässer. Okay, ich bin da. Hier? Hat da einer Bier gesagt? Hey, das ist kein Bruch oder Dosen. 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 Das ist Dosenbier. Drugs of Dosen. Das könnte sein. Das ist die Rache für eben. Ihr wollt mich ins Gefängnis stecken. Ich glaube es hackt. Ich niete euch alle um. Oh Gott, das sind zu viele. Die sind aber da auf dem anderen. Eigentlich auf dem hier. Ja, auf dem hier müsste der kommen. Ähm, hier Sonic. Ich tu mal den Typen so jagen, dass er sich umdreht. Jo. Okay, dann doch nicht. Hinter dir. Hinter diesem Schild. Ich sag's da oben. Ach, du bist das. Ich hab zwar wegen erschossen. Läuft. Der war nicht. Oh. Oh. Du brauchst doch den Kissen weiterwerfen, wa? Aber ich hab den nicht. Ich hab den nicht. Ich hab den. Gibt's ja irgendwo in... Moment, wo klettert man hier hoch im Westen? Nein, wir haben ja noch 2,45 Zeit. Ach, hier. Ah ja. Oh Gott. Oh Gott. Hatter, kommst du? Ich hab die Kiste in den Dingens unten. Ich bin betäubt. Ich bin betäubt. Hast du alles? Point of no return in 2 Minuten. Wir müssen uns beeilen. Ja, das ist nicht. Außen muss die Treppen auch. Übrigens, wollte der Bulle grad was klauen immer so am Rand. Das hat er hier hinten hoch. Die Bullen krass verschickt laut, was die Liebe ist. Da innen eine Tasche mit dem Räumann. Ein bisschen Takt zu machen. Spürt Hass. Ich hab meine Tasche mitgenommen. Granaten überall. Hat noch jemand was? Eigentlich können wir abhauen. Wir können noch Gaudi machen. Ich schmeiß erst mal noch ein paar Granaten zu den Sickern. Wieso kann ich mein Munitionsding nicht setzen? Video oben vielleicht nicht. Doch, doch. Ich kriege gerade auf den Sack. Munition. Jetzt gibt es wieder Spaß. Warte, wollen wir es gleichzeitig machen? Ja, warte, warte. So, nachgeladen. Warte, aber dauert noch kurz. So, jetzt. Warte. Ich bin bereit. Okay. Drei, zwei, eins. Jaaaa. 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 Für Sparta. Ich höre keinen Zauch mehr. Ja, irgendwie glaube ich hat er einen Overload. Bei mir lebt. Wer hat den Hasen leer bestellt. Leer. Ich auch. Okay, jetzt können wir gehen. Vorsicht, da ist noch ein Sniper hinter dir. Ja, passiert. Den kill ich noch. Den hab ich auch weggemacht. Gubste, Aik? Check. Bin da. Achso. GG, easy. Das war witzig. Das war lustig. Oh, das Fressbrett ist immer gut. Richtig, das magst du, ne? Jaaaa. Ist viel im Rift. Auf erster, brauchst du ja 6 Monate. Das waren epische Raids. Also machen wir dieselbe nochmal auf Stealth? Und mit Säge? Ich find sein Optimismus gut. Wolltest du mir bitte? Hey, Server. I'm waiting for you. Ja, oh ja. Ich könnte mal Speed Up'n. Ja, Speed Up'n könntest du mal. So, was nehm ich denn? Was nehm ich denn? Was habt ihr genommen? Ich nehm dann das erste. Ach, Booster, nice! Munitionsmengen. Das ist geil. Musterkartenspiel. Irgendein Tresor. Keine Ahnung was ist das. Wow. Weapon Mod Extended Magazine. Er kriegt ne... Truhe. Wer hier die Truhe gerne gehabt. Ja. Truhe, ein Save. Das war das Wort. So. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin schaut in unsere anderen Videos. Die Links zu den anderen beiden findet ihr in der Artikelbeschreibung. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.